... und Abashiva innen prominent, weiß da außen, Vakilav und König Concord versucht das Ganze innen an den Rails. Jetzt sind die Pferde im Einlauf, 450 Meter noch, Willingly ist vorne, Willingly weiter mit dem Kommando vor, Fourth Million Kiss an der Innenseite, dann Vakilav, da wird es etwas eng für Abashiva, aber jetzt verschwindet Willingly und König Concord ist vorne, König Concord vor, an der Außenseite Fourth Million Kiss, dazwischen Abashiva tut sich aber schwer, Fourth Million Kiss an der Außenseite in der Auseinandersetzung mit König Concord, Fourth Million Kiss, Fourth Million Kiss wird nach Hause kommen, Fourth Million Kiss gewinnt das Rennen vor König Concord, Vakilav wird dritter, dahinter dann Abashiva auf dem vierten Platz und dann Willingly.